Sehen Sie, ich habe meine immer bei mir. Yes, yes. Ich habe die Noten gleich mitgebracht. Das ist eine Opernarie. Oh, ich habe schon immer für Opernsänger geschwärmt. Ja, also ehrlich gesagt, ich bin kein richtiger Opernsänger. Ich bin nur ein kleiner Chorsänger, so einer von 50. Sie sehen aber noch aus wie 30. Ja. So, dann darf ich Sie wohl begleiten. Ja, wohin denn? Ach so, Klavier spielen können Sie auch. Oh, ich denke jetzt die Arie. Auch ich war ein lockerer Jüngling mit Haar. Äh, ja, Jüngling mit lockigem Haar. Bitte. Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. Am Mut und an Hoffnungen reich. Am Ambers seit jeher ein Meister für wahr. Im Fleiße kam keiner mir gleich. Ich liebte den Frohsinn, den Tanz, den Gesang. Ich küsste manch Mädchen wohl mitten auf die Wand. Mein Herz hab ich mancher geweint. Mein Herz hab ich mancher geweint. Ach, du. Oh. Das war eine köstliche Zeit. Das war eine köstliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich bin einer dieses Jahr lang. Oh mein Herz hat ihn dir 보여 müssen. Vielen Dank.